Hallo und es kommt zu einer weiteren Folge, der bei der Leid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, es läuft. Dem, der, dem, dem. Bitt immer nur meine Nerd-Zier. Wow. LOL. Ach, das ist von Nestle. Das ist von Nestle. Okay. Wow. Wusste ich gar nicht. Ist, glaube ich, auch Deutschland. So. Jetzt kommt sicher wieder der Killer. Nein, ichiri nicht. Das ist von Hessenspärchen. Vielleicht kommt er nicht. Ich sage es noch. So. Gut. Huh, guter Fähigkeitsstreck. So soll es auch sein. Ich habe es gesehen. Bitte nicht. Ja, lol. Ja, lol. Warte, warte, warte. Oh, lol. Ah. Das muss jetzt einfach sein. Das muss jetzt einfach sein. Warte, 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 warte. Ha, miejsce. Du, du zu lebst. Jetzt habe ich meine Taschenlampe nicht mehr gehacken. Kommt er, der ist doch dumm im Falle. Hilft dir. So. Er ist der Trapper. Er ist der Trapper. So. So. Passieren Sie doch noch den Generator? Lass doch stehen! Hm. Ist der Luke, hier ist nur die Luke. Okay. Och nee. Das ist der Luke. Oh Gott! Oh lol! So. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Versuch's. Ach, ich ist ja noch eine Kacke. Ehrlich? Ich stand davor. Oh! Nein, bitte nicht mehr. Eh. Wer hat mich jetzt? Das ist tot. Wie glaub? Shit. Bitte hole mich! Hole mich raus und... Ja. Oh nein. Oh nein. Nein! Bitte nicht! Hole mich raus! Oh, danke. Oh, ich musste jetzt einfach raus. Ging nicht anders. Das ging nicht. Wenn ich mich noch einmal erwischt hätte, wäre ich da gewesen. Knap, Rink! Ganz so knapp! Oh. Wau. Wow. Wir schauen noch hinzu. Ja, die sind ja auch geheilt. Das ist ja kein Problem. Ja. Aber dann muss man halt einfach raus. Weil... Dann bin ich das. Na, wie? Ja. Und dann bin ich. Ja. 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 Oh, ein Update. Das war's. Naja, fast alle entkommen. Fast alle entkommen. Der Brrrt. Gut. Wie sieht's mit der Zeit aus? Ja, gut, dann machen wir noch eine Killer-Runde. Oh, ne, komm, lassen wir's. In diesem Sinne, in meinem Grunde, macht mich verabschieden. Wenn's aufgeladen habt, mit dieser Folge, dann lasst den Daumen nach oben da. Schreibt mir das Kommentar auch noch vergessen. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.